Hallo ihr Lieben, Donnerstag, Kneipetag, heute mal von außen, hat es einen guten Grund, und zwar ist es so, dass wir heute aus der Zeitung erfahren haben, dass wir eine Vollsperrung haben, Richtung Schramberg, so rüber, in den nächsten zwei Wochen, und hier auch noch eine Baustelle, das ist aber weiter nicht schlimm, auf jeden Fall, werden wir nach dieser Vollsperrung wieder öffnen, so, Donnerstag 18.06. angeplant, so sieht es aus, und zwar haben wir uns überlegt, wir werden dann mal vier Wochen mit einem Mittagstisch starten, immer Donnerstags, neue Öffnungszeiten, 11.30 bis 13.00 Uhr, und dann abends, 17.00 Uhr, oder wie? Ja, da gucken wir mal. Normal wie immer dann. Ja, erstmal, wie gesagt, Mittagstisch, könnt ihr auch vielleicht ein Frühschoppen draus machen, wenn ihr Lust habt, oder einfach ein gutes Mittagessen haben und so in den Tag starten. Auf jeden Fall trifft man sich dann mal wieder, und wir können uns kaum mehr warten, was wir machen müssen, oder? Bis bald, sag ich. Tschüss. Ciao.